Seit nunmehr über zehn Jahren herrscht in Syrien ein blutiger Bürgerkrieg. Er hat hunderttausende Tote gefordert, Verletzte, Vermisste. Millionen syrische Familien sind auf der Flucht. Mit einer Spende an unsere Syrienhilfe besteht die Möglichkeit, die Opfer des Bürgerkrieges über unsere baptistischen Partner zu unterstützen. Unsere langjährigen Projektpartner im Libanon beispielsweise unterstützen syrische Flüchtlinge, die im Libanon zum Glauben gefunden haben und in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. In der kleinen Stadt Quabo versuchen sie einen Neuanfang und helfen den Notleidenden. Um direkt in Syrien helfen zu können, arbeiten unsere libanesischen Partner auch mit der Fellowship of Middle East Evangelical Churches zusammen und verteilen Hygienekits unter den syrischen Familien. Gerade die Geflüchteten leiden besonders unter den Folgen der Pandemie. Hilfe kommt auch über unsere türkischen Partner direkt in Syrien an. Konkret in der Grenzregion um Idlib, wo Millionen Inlandsflüchtlinge noch immer in erbärmlicher Not leben. In Zusammenarbeit mit dem Roten Halbmond hat die kleine Gemeinde in Adana schon mehrfach Lebensmittel und Decken über die Grenze gebracht, direkt zu den Menschen in den Lagern. Allen Spenderinnen und Spendern und allen Gemeinden, die sich mit einer Kollekte beteiligen, von Herzen danke. Auch im Namen unserer Partner vor Ort. Hur schlockst interesse cache auf euch. Mit dem Seal